Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute Basketball Challenge mit mir und David. Servus Leute, ich bin's. Ich fang an. Vorne Position. Es gibt 3 Stationen. Nummer 1 ist hier. Nummer 2. Dann auf die Sonne Mauer. Bei jeder Position hat man 3 Würfe und let's go, ich fang an. Er trifft nicht. Und ich treff nach, weil ich ein Profi bin. Ich weiß jetzt gleich meinen Inzunamen in der Beschreibung abchecken. Oh Gott. David, hast du... Er trifft. Ja, Moin. Es macht natürlich easy. Ja, genau. Wenn der nicht trifft, das ist peinlich. Hahaha. Moin. Das ist peinlich. Aufputtigt. Ich treffe jetzt. Oh no, mach den Pass. Das gilt. Stay mit dran. Aufputtig. Ich treffe jetzt. Und der trifft nicht Mochentin. Und dann macht ihr noch einen kleinen Dunking. Ich bin dran, Mochentin. Ich treffe eh, weil ich Profi bin. Nee. Doch. Er ist jetzt kein Profi. Wenn ihr jetzt nicht trifft und ich auch nicht, dann geht's ins Stechen rein. Aber ich treffe natürlich. Oh, ich muss jetzt treffen. Ich bin dran. Wenn ich jetzt zu stress, dann hat er einen Punkt. Ja. Ich kann auch aufholen. Und der trifft nicht. Oh, er trifft den Dunk nicht mal, Alter. Ja. Und ich hab die erste Position. Verlierer fängt an. Ja. Verlierer fängt an. Warte. Ab diesen Strich hier. Ab diesen Strich. Let's go. Und der trifft nicht Mochcandy. Und jetzt bin ich dran. Jetzt ist der Loop dran. Der Loop, der eine Challenge gewonnen hat. Ja, der eine. Du weißt, wie's läuft. Profi. Trifft nicht. Oh, ich sehe, ich sehe. Trifft nicht. Oh. Kein kranker Branden. Was ist das? Ich hätte mich getrocknt. Oh, wow, wow. Ich weiß. Profi halt. Moment. Der Kameramann. Bester Kameramann EU-West. Du weißt, wie's läuft. Und der wirft drüber. Ja, Moin Sen. Und guckt bei den College Bros vorbei. Liken und abonnieren da. Nicht vergessen. Und der wirft den Ball. Ja, Moin. Ich bin dran. Natürlich treff ich. Weil ich Profi bin. Skis, skis, skaa. So, der trifft natürlich auch nicht. Und. Oh. Doch. Bei Roller. Nice. Keine Schleifwerbung. Dave Mavis dran. Frank. Oh, immer der Frankster. Wartet. Let's go. Er trifft nicht. Unsere zwei letzten Würfe sind jetzt am Start. Er wirft zu mir. Ja. Moin. Ich bin dran. Ja. Rentner. So. 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 Meine Hand ist da. Profi. Step go. Oh. Step go. Oh. Step go. Ich bin dran. Jetzt trifft. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wenn du dann nach. Okay, Moin. Dann ist weiter. Jo. Let's go. Er trifft einfach. Was für ein Goal, Alter. Wie ist es dir jetzt? Ja, wenn ich jetzt treffe. Oh, nein. Sie trifft. Sie trifft. Holy shit. So, er trifft jetzt nicht. Step carry, Step carry. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Boah. Dann warst du's mit Golden State, Digga. Tja. Okay. Let's go. Kommt die Tür. Trifft nicht. Oh. Ja. Die zweite geht an der Ecke. 1-1. Jetzt geht's weiter von der dritten Position. Dritte Position. Let's do it. Nur nach vier werfen, wie man will. Das war einfach nur. Scheiße. Das ist ja für ihn zum ersten Mal rennen, Dudes. Danke Ihnen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. David ist dran. Ne, jetzt trifft. Ich triff nicht. Ich rast aus. Und er trifft nicht. Er muss rennen. Warn. Zieh. Zieh. Und er wird... Oh no. Cheating, cheating. Und ich hab den Ball. Ich bin dran. Ich bin dran. Profi. Er macht doch Bälle. Was sagst du? Okay. Es trifft ja nicht. Oh. David ist dran, zweiter Wurf, und Dave Maeve, und er trifft nicht, er muss rennen, ja moin! Er wirft, er wirft, er kommt, er kommt, und ich hab den Ball, gg, 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 und, und, macht mal in die Kommentare, gg, 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 easy, muss sein, du weißt nicht klar, oh mein Gott, alter, bisschen mehr rechts, ja, wir dachten, gg, gg, ja, ja, moin, David ist dran, er hat uns alle gebrängt, wenn er jetzt wirft, und trifft Zerstörung, und er trifft nicht gegen die Mülltonne, er muss rennen, man kennt ihn! Er passt mir den Ball, ja, moin, sie, Profi, sieben Jahre SV Poldring, moin, moin, ich bin dran, ich treff easy jetzt, wenn ich jetzt treff, es war da bis jetzt der Wurf, wenn ich jetzt treff, und er nicht, hab ich gewonnen, gg, ey, du auch, der ist angefangen, aber wir machen jetzt ein Stechen, ja, wenn du jetzt triffst, dann darf ich auch noch mal rein mal, ne, endlich da verrennen, oh Gott, jetzt werfen wir zwei nochmal zweimal, dann suchen wir uns ne andere Position, ja, let's go, stand it, servus, oh shit, wenn ich jetzt auch einmal, jetzt bin ich noch dran, dann einmal, danach suchen wir uns ne andere Position, oh no, seht ihr den? seht ihr den Jake? ja, seht ihr den? no holy mo holy holy shit, da macht er den �墨 61 T, eh moin, endlich darf er rennen rennen das ist scheiße werf mal sehen wie weit er werfen kann mit nur 10 Meter werfen gg so David noch einmal da kommt die Felsau ja wo ist er dir ja wo ist er dir war es eine Wurst oder was ja ja er muss rennen neue Position wir sagen hier oder wo ich jetzt sehe von hier wir werfen jetzt von hier von außen warte wo David jetzt steht werfen ja hier ja ok easy ist das jetzt eher nicht für David ich bin dran dann raste ich aus ne bei 15 Likes gibt es Teil 2 von den Challenges ne das gibt es net da machen wir wir haben einen Battle wir haben noch eine Gitarre dafür aber der ist jetzt zu kleiner als ich der weiß jetzt noch nicht trifft nicht der hatte schon ein bisschen Angst der hatte schon ein bisschen Angst jetzt bin ich dran der trifft er trifft nicht tut mir leid Leute und da versucht er den Dank oh no sie didn't jetzt bin ich dran natürlich treff ich weil ich ich bin der Boss und er schafft ihn er hat Angst jetzt kommt David jetzt kommt David er trifft nicht ich dachte grad wir haben beide noch einen Wurf dann geht es wieder ins Stechen er macht noch Welle und kassiert Pauschellen David gibt es noch mal 3 Likes ja servus mit diesem Skill War du kommst ich bin der Boss hint der Boss Fynn i bin 14 Jahre alt geschlecht unbekannt trifft von da nicht den Kaub ey der ist ein bisschen schräg egal Was ist das? Egal Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ich treffe den nicht, mach ich den. Komm her! Komm her, wie kann ich dich? Ah nein, ich treffe nicht. Ich hatte die Angst. Ja, ich hatte die auch Angst. Ich hatte auch Angst. Was ist das? Okay. Wenn du was, aka... WTF? Heute ist nicht so unser Tag. Ist doch egal. Ja, Mann. Jetzt treffe ich. Wenn ich jetzt treffe, habe ich gewonnen. Doch, das war nicht. Er trifft nicht auf den Kopf. Er macht einen Airball. Airball. Da kommt er hinterm Busch. Da kommt er hinterm Busch. Ich bin dran. Let's go! Wenn ich jetzt treffe, und er nicht, habe ich gewonnen, Digga. Jetzt trifft er halt. Was ist das? Ich bin dran. Ich bin dran. Let's go! Wenn ich jetzt treffe, und er nicht, habe ich gewonnen, Digga. Okay. Nice, Digga. So. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt nicht treffe, macht Ben einen Willi zum Schluss. Wenn er nicht trifft. Wenn er trifft, geht's weiter. Ja. Er macht trotzdem einmal in dem Willi. Hey. Halt dein Maul. Er trifft. Alter Junge. Tschüss, Digga. Ja, jetzt auf Melle machen, gell. Jupp. Wenn du brauchst, a.k.a. Fuck off. Der war ein Ding, ey. Mal und wie ein Ding ist, ey. David ist. Scheiße, ey. Er hat's David dran, er trifft nicht. NICE! Ich habe gewonnen, Digga. NICE! Der findende Boss in der Hood, man. Jetzt macht er noch ein Wheelie. DSW, beste NBA-Mannschaft. Komm, jetzt macht er noch ein Wheelie. Es ist ein Sieges-Wheelie. Da steht ein freshes Bike. Oh no. Keine Unterstützung durch Bulls, Digauer Planung. Schön unter Helm. Ein kleiner Wheelie. Ja, der war nicht so broke. Jetzt kommen die nächste Leute zum Abschluss. Nee, dann mach ich noch einen. Oh no. In 10.000 besseren. Mit. Alter, jetzt komm ich noch einmal mit dem besten Lili. Okay, jetzt kommt David. So, ich will meinen Fullfeshelm aufsetzen. Sicherheit geht. Boah. Video geht über 10 Minuten. Man kennt uns. So. Wenn ich verloren hast. Muss ich jetzt angeben mit seinem Wheelie, Alter. So. 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 toh. So. So. So.